hallo und herzlich willkommen zurück zu occupier mars ich kümmere mich mal ein bisschen mehr um eine pflanzen 50 prozent okay jetzt habe ich hier wir gehen darin 15 15 20 also kann ich die ja komplett hier reinballern das ding leer super ja und dann habe ich noch eins mit 13 ich gehe es mal zu jetzt darf ich nur nicht vergessen das hier wieder einzustellen ok ich habe ein paar pflanzen gekriegt mache ich jetzt da essen draus oder mich saadgutmaschine warte das ding ist leer klar das kommt gleich weg ich habe hier drei warum eigentlich nicht warum kann ich die nicht zusammen machen warum hier sind noch mal 21 kartoffeln und ich habe ganz viele kartoffeln gekriegt ne die kann ich auch nicht nicht die zu den 21 ne kann ich auch nicht ach so teilen ähm ok so dann habe ich saatgutmenge saatgutmenge 10 die nicht hier draufpacken warum nicht da habe ich zwölf warte teilen äh 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 ok ich gehe raus dahin wo kommst ok dann mache ich die da drauf 12 12 12 ok dann so so eilen 6er ja gucke ich mal ob das so geht ne das geht so nicht warum nicht oh anwenden ah ich muss anwenden drücken ok schönes Geld Bonus 5 Saatgut Bonus 3 anwenden so dann kriege ich raus 19 hm ach 19 halt ne dann mache ich mal 19 Saatgut ok ein wieder dicht machen so aber 19 Saatgut ähm wo mache ich die denn hin ja ein Kühlschrank ne wenn da noch Platz ist Kühlschrank 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 ist der da ne das war kein Kühlschrank Storage Fridge Inventory ok gut hier Saatgut das ist leer da Saatgut was ist das ne kleine Leiterplatte die kommt da hin ok du da du da Stahlplatten Stahlplatten na gut was sind meine Aluminiumplatten da ui ich hab wow ganz viele Aluminiumplatten so du da hin bzz bzz ok 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 geht gleich weiter Leute geht gleich weiter du kommst auf die 6 ich drücke die 6 aber eigentlich hätte ich die in Botanik reinballern müssen die ist egal das Ding ist glaube ich voll wenn er was in der Hand hat kann er nicht so schnell rennen so zack dann geht's hier raus jetzt verballere ich all meine Aluminiumplatten und zwar da los geht's Stahlplatten müssten wir auch genug haben Glasplatten das wird noch ein Problem ich glaube da habe ich nicht genug ach Mensch aber wo kriege ich den Glasplatten her nein ich wusste es so mir fehlen jetzt noch Glasplatten und zwar 60 Stück ne 58 58 Glasplatten fehlen noch 58 alles andere hätte ich ne Elektronik fehlt mir auch noch Elektronik habe ich keine gekriegt ne ne habe ich nicht Mist erst mal die Glasplatten gucken ob ich da was machen kann ist egal der Helm bleibt jetzt an Sauerstoff kostet ja nix Glasplatten ne ich glaube nicht dass ich die machen kann also warte Glasplatte die habe ich jetzt aber auch nicht rausgekriegt ne Elektronik ey guck das wird nix Glasplatten was sind die denn Aluminium Solarzelle Stahlplatte kleiner Mutter da Glasplatte naja brauche ich auch nochmal Silizium und zwar 540 oder 54 ne 540 boah ja ok da ist nix zu machen die Elektronik habe ich noch 31 ne habe ich 31 oder Elektronik habe ich 31 oder wie viel habe ich an Elektronik so Elektronik hier Aluminium Platten hätte ich noch 7 ok die brauche ich jetzt gerade nicht Stahlplatten die brauche ich auch nicht mehr die sind durch hier Elektronik habe ich 5 Motoren Schrauben sind ok so dann gehen wir mal hier hin und werden jetzt mal wo waren wir denn gewesen bei gelb und hier ist noch mal was ne da war ich da war ich gelb und rot da habe ich alles fertig das heißt das ding würde ich tracken in weiß und name ok so dann das ding da ging nochmal in weiß der name ist ok warum kann man nicht mehrere machen in zum Beispiel rot dann wüsste ich rot alles klar da war ich ne so guck mal hier zum beispiel den mache ich jetzt in gelb gelb dann noch vorne ne ne davor ist nix dahinter ist nochmal was also hier oben ok tracking in road so dann geht es wieder ans schleifen obwohl war doch 13 Uhr ne 13 Uhr gehe ich nicht los ne 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 wir gucken hier mal bei technikbaum wo habe ich dann fünf punkte gekriegt bei botanik eh da konnte ich doch eh nix machen ne materialien ach doch materialien konnte ich machen ne ausgeglichene korridore normal mit fenster was mache ich denn jetzt über überlebenskapsel keine dumme idee wenn ich mir so eine überlebenskapsel mitnehme dann käme ich zur wohnkapsel oder ich mache das und dann lange korridore oder ich mache hier freistehende tanks für flüssige stoffe aber ich habe ja gar keine doch wasser habe ich obwohl wenn ich freistehende tanks mache komme ich hier direkt zum forschungstisch als nächstes ne mach mal freistehende tanks materials technology access level ja ja mechanik haben wir keine punkte elektrizität haben wir jede menge punkte kommen aber nicht weiter und botanik haben wir zwei punkte kommen wir auch nicht weiter weil uns das gewächshaus fehlt ja dann ähm freistehende na dann gucken wir nochmal wir gucken mal entwürfe freistehende tanks wo sind die denn korridor korridore leben lebensmittel ressourcen hier freistehende tanks liegender tank 10 aluminium platten was das vertikaler tank genau das gleiche ok was ist das wassertank methan tank das kann ich alles noch nicht machen oder pumpenstation co2 wäscher alles klar und sapatia brunnenupgrade was was kann dann der was kann der was kann der was macht der der sabbatia warte muss ich gucken hatte ich den noch nicht gebaut kann der vielleicht sauerstoff machen ja voll irre ja warte mal oder war das das ding war das der sabbatia hier das ding nee oder warte das sieht doch irgendwie ganz anders aus kann ich hier anpacken ok warte mal hier im brunnen jetzt nochmal gebaut was fehlt mir denn kleine rohre ja die hole ich immer noch die habe ich bis das ding da hinten fertig ist das wird noch ewig dauern mindestens ewig ich bräuchte hier vorne noch so ein ding so ein ja kühlschrank nee das war hier kühlschrank das war kühlschrank genau kleine rohre ok das sabbatia ding ist ja irre bräuchte ich dann den co2 wäscher nicht gute frage was ist denn das was ich dann hier gebaut habe einfach nur ein wassertank ne glaube ich mal stimmt das ist nur der wassertank den ich da gebaut habe ok so was kann der jetzt was kann der gibt es hier anschlüsse oder was nein wieder neu reingucken produziert er jetzt sauerstoff ne hat hatte ich den schon gebaut ne sabbatia ding habe ich nicht gebaut es gibt hier anschlüsse aber hinten vielleicht auch ne das sieht mir irgendwie nach sauerstoff aber gibt hier keinen sauerstoff das hier im wassertank ne ok dann gucken wir mal so sauerstoff tank kann ich den da reinpacken ja kann ich sogar ok und das hier war methan tank kann ich reinpacken ne methan kann ich nicht reinpacken aber warum denn nicht hier wassertank geht auch nicht geht nur da hinten würde nur hier gehen oder ja ja stimmt der wassertank ist dran ja gut dann brauche ich doch den mal brauche ich noch irgendwas anderes um methan herzustellen was kommt denn hier raus sauerstoff anzug leere quelle die leere quelle warum warum ist die quelle leer äh ich mach keinen sauerstoff wahrscheinlich weil er strom hat strom hat strom 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 aufwendung 10 ah ja strom fehlt kann ich ihm hier vielleicht ein extra solarpanel dahin bauen das kann ich hier leider nicht bauen aber hier war das doch richtig bauen was fehlt solarzellen ja die habe ich leider weggepackt dann kriegt er nämlich strom dann kriegt er nämlich strom dann kriegt er nämlich strom vielleicht brauche ich noch so ein ding hin dann könnte der andere auch strom kommen irgendwie heißt das ding transformator ne transformator transformator habe ich dann dahinter naja ohne solarzellen kein strom ne das ist schon klar ähm oder eine batterie dahinter ähm ähm ne da solarzellen solarzellen motor brauche ich hier bestimmt auch habe ich nur noch zwei motoren ne ich habe 102 aber egal motoren brauche ich auch so dann dahinter solarzelle eine batterie eine batterie reicht doch oder solarzelle batterie und transformator okay erstmal das ding hier fertig bauen komm schon äh hallo was fehlt denn jetzt elektronik ja gut dann daneben nicht dann nicht so dann lege ich hier halt da gibt es hier einen stecker da gibt es auch einen stecker so so Kabel habe ich so so und da rein und er kriegt dann genau 5 Megawatt mehr nicht mehr gibt es nicht ähm 5 5,4 ne ich ich hätte gerne nur 5 ja 5 okay so wir gucken ob er jetzt Sauerstoff macht sollte er eigentlich verbraucht 10 macht Sauerstoff cool warum habe ich das vorher noch nicht gebaut Lagerbestand wie lange ist das unser unser Wasserkabel ich habe nur Strom ich habe kein Wasserkabel dabei wieso nicht okay habe ich die hatte ich die ähm weggelassen ähm da sollte ich hier zwei Tanks hin bauen wir können ja mal gucken warte ah äh liegender Tank oder vertikaler Tank aluminiumplatten 4 mhm pumpenstation die die neben weniger ach ne das sind die ganz normal ne äh ja das hier ist ein vertikaler Tank der verbraucht hat kleine Rohre sechs kleine Rohre zehn vertikaler Tank mache ich den jetzt für Wasser kann ich den hier ranpacken irgendwie ja okay der müsste dann hier davor ne irgendwie dahin irgendwo hin also einen für für Wasser oder baue ich doch besser den den Hochkant der braucht ja unendlich viel radikaler Tank 936 936 10 10 10 10 4 also braucht 4 ich mag 2 von dem äh gute Frage daran geht er nicht ne 2 vertikale Tanks also einmal einmal hier vorne dann aber so richtig in die Flucht will er nicht gehen ne so ein hin und vielleicht noch einen daneben drehen hm ich glaube das ist richtig ne es ist nicht man so und hier kann ich auch nicht gucken ob es richtig ist ich habe nicht aufgepasst vertikaler Tank so einmal dahin aber ein bisschen höher so dann nochmal den vertical Tank und zwar daneben und nach oben mein Schuss so zack da ist einer und da ist einer alles klar gut dann würde ich hier Wasser das ist ja dann wahrscheinlich so okay das war jetzt eine dumme Idee wegen meinem Pflanzen ich brauche erst mehr Wasserschläuche was kommt jetzt mal schön daran oh okay 1922 Suitpower 75% kann ich mit leben oder denn die Cables habe ich die rausgeworfen brauche ich dir ganz viel okay äh 70 70 wird nicht reichen okay dann packe ich die mal raus 70 oh man man Wasserkabel Wasserkabel ho 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 wer hätte es gedacht ich brauche Silizium dafür 2 machen ich kann nur 2 machen dein ernst 20 habe ich 100 90 das wird nicht reichen okay dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen wir sehen uns dann beim nächsten Mal gehabt euch gut und tschüss mit